So Golfe, die nicht so lange dabei sind, die nicht so viel Kurzspielerfahrung haben, die putten super gerne vom Vorgrün. Und weißt du was? Ich finde das eine sehr gute Idee. Wenn du zehnmal von hier putten würdest vom Vorgrün, ich habe übrigens ein 20 Meter Putt, und wenn du zehnmal von hier chippen würdest, würde wahrscheinlich das Putten gewinnen. Also mehr als wahrscheinlich. So diesen Schlag muss man trainieren. Am besten machst du folgendes. Bitte, auch wenn der Ball auf dem Vorgrün liegt, muss gelesen werden. So schaue immer das gesamte Grün an. Und dann, während du zum Grün läufst, schaue immer, ob der Ball höher ist als das Loch. Wenn der Ball höher als das Loch liegt, dann spielt das Vorgrün sehr wenig Rolle. Der Ball wird auch vom Vorgrün schnell rollen. So bitte grün lesen. Das ist ja ein ziemlich ebener Putt, also das Loch ist so hoch wie der Ball. Da ist Brake nach rechts. Viele stellen sich vor, dass das Loch zwei, drei Meter da hinten ist. Weil das lange Gras vom Vorgrün wird der Ball bremsen, das ist klar. Diese Methode hilft mir nicht so sehr. So was ich tue, und ich schlage vor, du probierst es aus, weil es wirklich gut ist. Ich stelle mir vor, dass ich einen Bergauf-Patt habe. So hier ist Brake von links nach rechts, aber der Ball ist so hoch wie das Loch. Ich stelle mir vor aber, dass das Loch da, wo die kleine rote Flagge ist. Und so gebe ich automatisch etwas mehr Gas. Okay, so ich habe einen Bergauf-Patt, das stelle ich mir einfach vor. Und putte dann etwas doller. Komm mal, Brake. Komm, komm, komm. So, bitte trainiere auch deine Putts vom Vorgrün. Das machen die wenigsten. Und wenn du das tust, verwende diesen Trick, an einen Bergauf-Patt zu denken. Und dann wirst du sicher etwas mehr Geschwindigkeit verwenden. Dankeschön. Und falls du noch nicht abonnent bist von Golf mit Freude, Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben. Tschüss und bis bald.